Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim in Vertretung für den Martin. Und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 14. Februar. Und das ist Valentinstag. Heute haben wir dabei Bing, iOS League, Snap Map, Snapchat, Facebook und Pokémon Go. Beginn tun wir mit Microsoft. Dort ist jetzt mehr oder weniger durch Zufall rausgekommen, dass Microsoft mit Bing die Windows-Mobile-Nutzer ausschließen wird. Und zwar gab es entsprechende Informationen in den aktuellen Dokumentationen für Bing. Und dort werden für die Kompatibilität verschiedene Desktop-Clients und Browser angeführt. Auch für iOS und Android logischerweise. Aber nicht für Windows Phone und Windows 10 Mobile. Das bedeutet, auf lange Sicht hin wird es dort wahrscheinlich zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Und auch neue Funktionen werden entsprechend nicht mehr ordentlich unterstützt. Tja, sorry für die Windows Phone und Windows Mobile Nutzer. Das eigene Haus mag euch leider nicht mehr. Tja. Kommen wir zu was anderem. Der große Konkurrent von Microsoft, Apple. Da gab es ja in der letzten Woche den iOS-Leak, wo Quellcode von iOS 9 auf GitHub aufgetaucht ist. Wir hatten darüber berichtet. Und nun ist rausgekommen, wo der herkommt. Denn er kommt von einem, das hat man aber auch schon vermutet, Mitarbeiter von Apple. Der war zwar nicht sehr hochrangig und man fragt sich auch, wie der den Quellcode und auch diverse Tools anscheinend rausschmuggeln konnte. Aber er hat auf jeden Fall die ganzen Informationen 2016 an ein paar Freunde weitergegeben, die in der Jailbreak-Community aktiv waren. Und es gab wohl auch so eine Art Gentleman's Agreement, dass der Code nie veröffentlicht werden sollte. Aber, tja, es ist passiert und dementsprechend schaut es schlecht aus, obwohl auch Apple gesagt hat, der Code ist nicht mehr relevant und es ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist das Vertrauen gebrochen. Nächstes Thema, Snapchat. Die haben ja eine Funktion und zwar die SnapMap. Die kann man aktivieren, wenn man in Snapchat in der App einfach mit seinen Fingern aus dem Kamerascreen rauszoomt, sag ich mal. Und dann hat man eine Karte von der Welt, in der kann man hin und her scrollen und schieben und zoomen und kann sich dort Snaps von Nutzern auf der ganzen Welt angucken, die diese in ihre öffentliche Story gepostet haben. Und nun gibt es den nächsten Schritt. Snapchat hat genau dieses SnapMap im Browser veröffentlicht. Unter map.snapshot.com kann sich jeder unangemeldet diese Karte angucken und dementsprechend im Browser, nicht nur mobile, sondern auch auf dem Desktop und dort die Snaps von Menschen auf der ganzen Welt betrachten. Ich finde das persönlich eine sehr spannende Kiste. Man kann so, ja, wirklich einen Einblick bekommen in fernen Länder, fernen Städte und komplett andere Kulturkreise. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Schaut mal rein und spielt damit rum. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn wir schon beim Thema Snapchat sind, heute erscheint ein neues Buch über Snapchat und zwar How to Turn Down a Billion Dollars. Sie ist Snapchat Story von Billy Gallagher. Das ist ein TechCrunch Reporter, also ehemaliger TechCrunch Reporter. Und man vermutet, in dem Buch wird es auch einiges an, wie sagt man, so schön dreckiger Wäsche geben, die gewaschen wird. Und eventuell wird Snapchat natürlich auch dagegen vorgehen. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall schon mal vorbestellt auf mein Kindle und bin gespannt, was da so Interessantes zu erfahren gibt. Ja, von Snapchat ist es im nächsten Thema nicht weithin Facebook. Der große Konkurrent, oder naja, Facebook ist ja weitaus größer als Snapchat. Der hat nämlich ein neues Feature angekündigt und ich dachte, er ist echt? Naja, es gibt ein neues Feature und das ist das Listen-Feature. Wenn ihr einen neuen Post oder ein neues persönliches Update auf Facebook veröffentlichen wollt, also normalerweise Text, Link, Foto, Video, sonst was, gibt es jetzt dort die Funktion, eine Liste zu erstellen. Das kann eine To-Do-Liste sein oder auch einfach eine Bucket-List, was man alles noch im Leben machen möchte. Die wird dann dementsprechend mit einem schönen Farbverlauf und auch mit Unterstützung von Emojis schön aufbereitet und dann können eure Freunde darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchten und ja, Listen sind auch irgendwie jetzt nicht das heißeste und sexiste, aber tja, vielleicht habt ihr Spaß dran. Ich persönlich habe das Update noch nicht aktiv bei mir. Es wird seit heute ausgerollt und dementsprechend nicht alle kriegen es zur gleichen Zeit. Vielleicht taucht es bei euch erst in den nächsten Tagen auf. Und ich habe ja bereits gesagt, heute ist Valentinstag und wie im letzten Jahr auch schon am Valentinstag gibt es bei Pokémon Go ein großes Valentinstag-Event. Diesmal werden Schaneras und Libikus-Pokémon weitaus öfter auftauchen. Ich habe mal rausgeguckt, um mich herum sind eigentlich nur noch Libikusse aktiv und die gibt es auch als Shiny. Das sind besondere, seltene Libikusse, für die die Pokémon Go spielen und jeder Fang wird mit dreimal Sternstaub belohnt, also ein Fang von einem Schanera oder einem Libikus und der ganze Event endet am 15. Februar um 22 Uhr deutscher Zeit. Also, wenn ihr Pokémon Go spielt, nutzt die ja mehr oder weniger zwei Tage und wenn ihr Genicht-Pokémon Go spielt, dann ignoriert die News. Und damit war es auch das für heute von mir. Mittwoch, Mitte der Woche. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Arbeitstag oder einen schönen Schultag und wenn alles glatt geht, ist morgen ja Martin wieder für euch da und versorgt euch mit den News. Bis dahin, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Ciao, ciao! Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal.